Ja, wir haben, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, wir sind ja die Wohnraumhelden nach Hannover Slashlin. Wir sind im Namen der Göttin der Musik unterwegs, wir glauben an eine bessere Welt, wir kämpfen für eine bessere Welt. Da schneiden wir raus. Und eines Tages sagte die Göttin zu uns, die Welt könnt ihr nicht retten, die Welt werdet ihr nie retten können. Ihr könnt sie nur verbessern und deswegen habe ich euch jetzt ein Lied hier mitgebracht. Sie hat es uns direkt auf dem Berg, Lindenberg, vorgespielt. Ich kam dann mit dem Tontafeln runter und da war dieses Lied drauf. Es ist ein Weltverbesserungslied. Seitdem ist der zweite Nummer 17 Uhr noch ein Moses. Ja, das sieht man überall an Bahnhöfen, Moses. Habt ihr das schon mal gesehen? Das sind alles meine Anhänger. Stone Cutter.